Auf die Fürbitte von Pater Pio kam es zu vielen Wundern. Es kam zu Heilungen von Blinden, Lahmen, Verwundeten und Behinderten. Ich darf Ihnen einige Beispiele erzählen. Erstens der Fall von Anna Di Giorgi. Anna Di Giorgi war eine Frau aus Ribera in Sizilien. Sie ist mit Augen ohne Bubillen geboren worden und war völlig blind. Aber mit sieben Jahren hat sie ihre Patin mitgenommen zu Pater Pio. Und das Kind hat von Pater Pio die Erstkommunion erhalten. Pater Pio macht ein Kreuzzeichen auf die Augen. Und auf der Heimfahrt konnte Anna plötzlich sehen, ohne Bubillen. Sie wurde durch mehrere Ärzte untersucht. Und alle haben festgestellt, das Kind sieht und hat keine Bubillen. Und Anna besucht die ganz normale Schule. Vor einigen Jahren wurde dann diese Anna Di Giorgi im italienischen Fernsehen gezeigt. Und da war ein sehr spöttischer Moderator, der an solche Dinge nicht glauben konnte. Und diese Anna Di Giorgi präsentiert sich vor der Kamera. Der Kameramann fängt ihre Augen ein. Und Millionen von Menschen sehen, dass diese Frau keine Bubillen hat. Aber sie hat diesem Moderator alles gesagt, was sich da im Studio abspielt. Und der Moderator war sprachlos. Ein zweites Beispiel, Francesco Vizio. Francesco Vizio stammte aus San Giovanni Rotondo. Er hatte gekrümmte und verformte Beine und ging gebeugt mit Krücken durch das Leben. Und er wurde immer wieder von den Jungen von San Giovanni Rotondo verspottet. Und 1919 begegnet er Pater Pio und bittet ihn inständig um Heilung. Und Pater Pio sagt, wirf deine Krücken weg. Und von einem Augenblick zum anderen war er geheilt. Ein drittes Beispiel, Dr. Francesco Riccardi. Der Mann war Bürgermeister von San Giovanni Rotondo. Er war ein überzeugter Atheist und ein erklärter Gegner von Pater Pio. Und jahrelang hat er Pater Pio verleumdet. 1931 bekommt der Bürgermeister plötzlich Magen- und Kehlkopfkrebs. Und im Angesicht des Todes ruft er Pater Pio. Pater Pio fordert ihn auf zu beichten. Und er spendet ihm die Sterbesakramente. Dann gibt er ihm den Segen. Und plötzlich war der Mann vollständig geheilt. Und der ehemalige Atheist wurde zum großen Verehrer von Pater Pio. Ein drittes Beispiel, Frau Dr. Wanda Poltaska. Frau Poltaska war eine Jüdin aus Polen. Sie hatte fünf Jahre im Konzentrationslager von Ravensbrück verbracht. Sie war Ärztin und Psychiaterin und Mutter von vier Kindern. Und 1962 wird bei Frau Poltaska ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Das Ehepaar Poltaska war mit Karol Wojtyla befreundet. Damals Kardinal von Krakau. Kardinal Wojtyla, der Pater Pio kennengelernt hatte während seiner Studienzeit in Rom, schreibt am 17. November 1962 einen Brief an Pater Pio und bittet ihn um das Gebet für Frau Poltaska. Pater Pio sagt sofort, diesen Brief müsst ihr gut aufbewahren. Der wird später noch einmal wichtig sein. Am 21. November 1962 sollte die Tumoroperation stattfinden. Und bei einer Visite vor der Operation stellt man fest, von dem Tumor ist keine Spur mehr zu sehen. Und am 28. November 1962 schreibt Kardinal Wojtyla einen Dankesbrief an Pater Pio. 1967 kommt Frau Poltaska nach San Giovanni Rotondo. Pater Pio geht auf sie zu und sagt, geht es jetzt wieder gut? Ein sechster Schwerpunkt, die Bilokationen. Was sind Bilokationen? Bilokationen sind Phänomene, wo eine Person gleichzeitig an zwei Orten in Erscheinung tritt. Bi heißt zwei, locus heißt Ort. Also Bilokation an zwei Orten gleichzeitig tritt eine Person in Erscheinung. Da gibt es auch einige unglaubliche Beispiele. Im September 1943 waren die amerikanischen Truppen in Sizilien gelandet und haben dann versucht, Italien vom Süden her aufzurollen. Und da sind auch immer wieder Luftgeschwader gestartet, um die deutschen Linien zu bombardieren. Und da war auch der Monte Gargano ein Ziel, weil nämlich die Amerikaner vermutet haben, dass die Deutschen dort verschiedene Kriegsmaterialien hätten. Und dieses amerikanische Geschwader fliegt auf den Monte Gargano zu. Und da sehen die Piloten plötzlich außerhalb von ihrem Flugzeug einen Mönch. Und der hindert sie daran, dass sie weiterfliegen. Sie mussten abdrehen und sind wieder zurückgekehrt. Die haben das erzählt und das Gelächter war groß. Die haben gesagt, ja, ihr habt wahrscheinlich Höhenluft erwischt. Das gibt es doch nicht, dass vor dem Flugzeug da ein Mönch plötzlich in der Luft schwebt. Dann sagen die, wir haben zu dritt gesehen, das war so. Gut, der General sagt, nächstes Geschwader, die fliegen hoch. Und wieder sehen sie diesen Mönch. Und sie können nicht weiterfliegen, sie kehren zurück. Und dann fliegt der General selber mit. Und auch er sieht den Mönch. Und auf einmal öffnen sich plötzlich die Schächte des Flugzeugs. Und die Bomben fallen runter in ein unbewohntes Gebiet. Und am Abend kommt der General nach Hause. Und da kommt ein italienischer Offizier und erklärt ihm, ja, das kann nur der Pater Pio sein. Ja, wer ist das? Ja, das ist so ein Mönch, bei dem alle möglichen Dinge passieren. Der General ist dann nach Amerika zurückgekehrt. Und ist dann nach dem Krieg mit den anderen Offizieren nach Italien. Zurückgefahren hinauf auf den Monte Gargano. Und da sagt er, genau der Mönch, der war's. Und der Pater Pio geht auf ihn zu und sagt, aha, du bist es also, der draußen alles kaputt machen wollte. Und obwohl Pater Pio auf Italienisch gesprochen hat, hat ihn der General auf Englisch gehört. Pater Pio und der General wurden Freunde. Und der General konvertierte zum katholischen Glauben. Ein weiterer Fall von Bilokation, die Heiligsprechung von Theresia von Lisieux. Peterstum, 29. April 1923. Im Peterstum findet die Heiligsprechung der kleinen Theresia statt. Und viele Menschen sehen im Peterstum den Pater Pio. Und da haben wir auch einen ganz berühmten Augenzeugen, nämlich einen Seligen. Das ist der bekannte italienische Selige Don Orione. Der schreibt Folgendes in seinen Zeugnissen. Bei der Heiligsprechung der heiligen Theresia vom Kinder Jesu im Peterstum war auch Pater Pio in Bilokation anwesend. Ich sah ihn lächelnd auf mich zukommen. Ich ging ihm durch die Menge entgegen. Aber als ich ihm bis auf zwei Schritte nahe gekommen war, verschwand er. Einige Personen haben dann in San Giovanni Rotondo antelefoniert, um zu fragen, ob der Pater Pio in Rom gewesen sei. Und da kriegen sie als Antwort, Pater Pio war während der ganzen Zeit der Heiligsprechung in San Giovanni Rotondo. Ein siebter Schwerpunkt, unglaubliche Bekehrungen. Pater Pio bewirkte auch Bekehrungen, die etwas Unwahrscheinliches an sich haben. Da kommt ein Mann aus Bologna, Alberto Delfante. Er ist Mitglied der Freimaurerei im 33. Grab. Von der Kirche hält er sehr wenig. Aber da erkrankt seine Frau und sagt zu ihrem Mann, geh sei so gut, fahr nach San Giovanni Rotondo, bitte Pater Pio, dass er für mich betet, vielleicht werde ich geheilt. Der Mann verspottet sie, aber die Frau gibt nicht nach. Und dann sagt er, na gut, ich kann ja mal hinauffahren nach San Giovanni Rotondo. Vielleicht gewinne ich beim Lotteriespiel. Er fährt nach San Giovanni Rotondo, geht zu Pater Pio hin und sagt, ah, du bist gekommen, um beim Lotteriespiel etwas zu gewinnen. Ich glaube, es wäre besser, wenn du beichten würdest. Ja, er ist nicht gekommen zu beichten, sondern nur, um für die Heilung seiner Frau zu bitten. Und dann sagt er, ja, besser ist, du beichtest vorher. Und da zählt er ihm sein ganzes Sündenregister auf. Und zum Schluss sagt er, da ist noch etwas. Du hast vor kurzem eine junge Frau hinüber geschickt nach Amerika. Ja, wieso? Die war schwanger und hat dein Kind erwartet. Und du hast sie abgeschoben nach Amerika, nicht wahr? Und der Mann bricht zusammen und bricht in Tränen aus und beichtet. Und Pater Pio behandelt ihn mit größter Barmherzigkeit und sagt, geh heim und grüß deine Frau. Und seine Frau war geheilt. Pater Pio hat dann auch die Gabe der Prophezeiungen. Er hat den Verlauf des Zweiten Weltkriegs mehrmals sehr genau beschrieben. Er hat auch drei Männern die Wahl zum Papst vorausgesagt. Das war bei Patriarch Roncalli. Der wurde Johannes der 23. Er hat Kardinal Montini vorausgesagt, dass er Papst würde. Das war dann Papst Paul VI. Und er hat auch Karol Vuitiva vorausgesagt, dass er Papst würde. Und das war dann Johannes Paul II. Pater Pio hat auch verschiedenen Menschen ihren nahen Tod angekündigt. Und er hat gesagt, ihr müsst euch vorbereiten auf den Tod. Wieso? Ich bin ja noch völlig gesund. Und bereite dich auf den Tod vor. Und dann gab es oft Unfälle und ähnliches mehr. Und die Menschen sind unerwartet gestorben. Pater Pio hatte dann auch die Gabe der Sprachen. Er unterhielt sich oft mit Menschen, die kein Italienisch verstanden haben. Die Menschen verstanden aber Pater Pio in ihrer eigenen Muttersprache. Das eine Beispiel von dem amerikanischen General haben wir schon erzählt. Aber einmal ist auch ein deutscher Professor zu ihm gekommen. Und dieser deutsche Professor fragte Pater Pio, wie es möglich sei, dass er ihn auf Deutsch verstehe. Und Pater Pio antwortet, dass es die Sprache des Heiligen Geistes sei, die von jedem in seinem lives und dem heruntergekönantes verидelt wurde. Ü stitchednete die Dinge, vom deber, der wieder auf die bread form, vividet werden. Und ich kann mich jetzt auch einfach Christians, die von jedem in seinememles auch frei ver servers upp. Und die von jedem in seinem Leben unter pollution, Und damals ist sie, die von jedem in seinem Leben, in seinem Leben, in seinem Leben, in seinem Leben,росangen requiresним, in seinem Leben.